Grüß euch Leute, herzlich willkommen zurück bei Let's Play Rango. Wir sind zurück bei den Upgrades. Und ihr werdet eventuell, wenn ihr letztes Mal gut aufgepasst habt, bemerken, dass ich 388 statt... Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, aber statt ein paar weniger Sheriffsternen habe. Der Grund ist, wie es aussieht, wenn man hier Sachen kaputt schlägt, speichert das Spiel dies nicht. Das heißt, wir könnten jetzt theoretisch... Ich könnte jetzt ständig raus- und reinjoinen, hier die Töpfe kaputt machen und immer mehr Sheriffsterne farmen. Ja, kleine Gameplay... Unstimmigkeit... Ist egal. Oh. Hehehe. Schön. Hey, hey, Moment. Hilfe. Kaninchen-Gang? Hä? Nein, das sind ja urviele. Okay, doch nicht so viele. Ich glaube, das ist eine gute Erstattacke. Oh. Oh. Wir haben geöffnet, die Tür. Das ist schon irgendwas. Was mir Böses will, wahrscheinlich. Wir haben erst mal alles kaputt. Oh Gott. Nein, Alter. Ihr schießt schon. Äh, hä. Hä? Hä? Und hier ist dieses Paar ab. What the f... Hey! Schmollflinte? Schmollflinte? Schmollflinte oder was? Fällt sich halt irgendwie so an und schaut auch so aus. Ich konnte nicht, ich möchte mich nur kurz umschauen. Hier ist nix. Okay. Ich weiß, ich mag nicht... Ich möchte nicht, dass ich eure Zeit verschwende, aber... Ja, ihr wollt Spiele sehen und nicht irgendwie umschauen. Aber eventuell gibt's hier wieder so einen Fisch oder so. Okay. Alles gut. Alter, wie lang ist denn der Zug? Nein, das sind wieder diese komischen Insektenviecher. Und da ist ein Fisch. Nein, nein. Nein, au. Hey, wir können rollen. Cool. Achso, nee, das weiß ich ja schon, oder? Ich hab's auf jeden Fall kurz vergessen. Keine Ahnung, wie viel Fisch es hier gibt. Aber... Ich hab vorhin einen gekriegt. Oh. Hey, da drüben ist die Wett. Oh, die... Wo? Ja, warum? Ich denke, es ist nicht gut, in den Dampf zu springen. Und jetzt... Ähm... Oh! Okay, das war richtig. Sehr schön. Hü, rüber. Perfekto. Ich bin hier. What the fuck? Du schon wieder? Nein. Äh, warum... bist du schon wieder hier? Können wir jetzt irgendwie... Er hat immer noch 17. Warum soll ich hier bei dir was kaufen jetzt? Das wär aber eventuell nicht schlecht, um einfach das Spielen ein bisschen zu erleichtern. Das kostet eh nur 2. Hat eh nur 200 gekostet, aber ich glaube, das macht das Spiel deutlich leichter. Nein. Nein, 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 nein. Ach, fuck. Au! Was zur Hölle? Nein! Alter, was machst du da oben? Ja, du schießt mit TNT. Das explodiert nach einer Zeit. Wie so aussieht? Da hat's ja nicht mehr alle. Oh, da hinten ist noch einer. So. Au! Hey, da ist wieder die Kugel, mit der wir normal... Also, eine normale Kugel, mit der wir schießen können. Nicht... Also, mit unserer Kartoffelkanone, aber... eine richtig... große Kugel. Schön in den Mund und dann in die Waffe, damit es gut flutscht. So, jetzt müssen wir wieder Zielscheiben treffen, oder? Bullseye. Wahrscheinlich, weil wir genau in den... Kreis getroffen haben, was ich jetzt nicht gemacht habe. Volltreffer-Trophäe. Ich bin nicht so gut darin, glaube ich. Man kann das wahrscheinlich jedes Mal machen. Äh, halte... Okay. Okay, Moment. Ich habe eine Idee. Hey, das ist ein... Das ist ein Mutteil. Das kenne ich. Das habe ich als Kind oft gehabt. Hey, da ist so ein Ding. Ich bin da hoch. Danke. So. Haben wir eigentlich schon die Ausgabungsleistung erhöht? Ich weiß es nicht. Zwei von vier. Okay. Da vorne ist aber schon die Lok, oder? Vielleicht müssen wir gar nicht zur Lok, vielleicht müssen wir irgendwo anders hin. Es wäre nur relativ logisch gewesen, zur Lok zu müssen. Lee Seeds is stupid. Lee Seeds... Was? Scheiße, ist dumm. Alter, nein. Oh Gott, jetzt habe ich es... Hat mich das kurz erschreckt. So. Wunderbar. Wie ein Klettermax. Ähm. Was ist da gerade passiert? Keine Ahnung. Ja. Sehr gut. Nein. Nichts. Ihr Kackviecher. Ich mag mich von denen hauptsächlich nicht treffen lassen, weil das meine Multiplikator-Säge unterbricht. Und wieder die Dampfdrüsen. Äh, Düsen. Nicht Drüsen. Ja. Uh. Wie ne Sauna. Ja. Äh. Nein, nein, nein. Moment, warten. Warten. Jetzt. Ja, wunderbar. Oh. I-so. Was steht da? Worms-Cast... Was? Worms-Cactus-Sludge. Okay. Nein, nein, nein. Ich will hier die Kamera noch. Genau. Oh, ich kann auch einfach... Okay, ich kann das auch einfacher machen. So, hier. Ich dachte doch, dass hier hinten irgendwas ist. Ich hab mir ehrlich gesagt gedacht, das ist ein Fisch. Drei von vier. Hui. Okay. Hier ist nix. Ah, wunderbar. Upgrade-Typ ist auch nicht da. Unser Upgrade-Freund. Alter, ich seh grad... So. Hüppäh. Hey, du von der ist die Band. So, die Mariachi-Band. Hüpp. Nein. Pena. Nein. Jetzt bin ich verreckt. Jetzt bin ich zum ersten Mal verreckt. Wunderbar. Okay. Ja, ich... Bin ich jetzt eigentlich dumm, oder... Ja, ich glaube, ich bin ein bisschen dumm. Beziehungsweise, ich bin ein bisschen unkonzentriert. Hä? Moment. Das ist gerade, glaube ich, nicht so geplant, wie ich das gerade mache. Aber ich bin mir grad nicht sicher, wie ich's hier anders tun soll. Ja! Moment. Ich glaube, ich habe eine Idee. Und zwar eine relativ gute Idee. Und zwar... Weil ich die Kamera einfach nach oben stelle. So. Hä? Moment. Moment. Bin ich gerade dumm, oder... Geht das gar nicht so? Das geht wahrscheinlich gar nicht so. Weil hier die Sprünge sind ja auch machbar. Ich glaube nicht, dass da so ein heftiger drin ist. Oder? Hä? Es ärgert mich gerade ein bisschen, muss ich sagen. Und euch wahrscheinlich auch. Ganz ehrlich, sollte ich es jetzt nicht schaffen. Werde ich einfach cutten. Ich habe nur noch eine Idee, was man tun kann. Man kann vielleicht etwas später abspringen. Also... Ne, ein bisschen zweiter halt den zweiten Sprung machen. Ein bisschen später. Pender. Ja, genau. Nein. Ich bin zwar gestorben oft, aber ich bin trotzdem nicht tot. Äh, das ist das Gesetz der Natur. Du, du, du... Au! Der Drecksviecher. Diesen grünen Schleim will ich wahrscheinlich nicht berühren. Äh. Wunderbar. Plaster. Plaster bedeutet, ich kann gedrückt halten und schießt wie eine wahnsinnige Sau. So. Pam, pam, pam. Alles meins. Und... Nein, jetzt... Du hast mir meine Serie, meinen Multiplikator verschissen. Du Drecksvieh. Ich hoffe, Bad Bill bezahlt dich gut. Nein! TNT. Au! Okay. Du bist gefährlicher als... Fick dich! Achso, ich habe dich gerade im Nahkopf umgehauen. Auf die Fresse. So. Ja, das ist doch schön. Alles meins. Alles meins. So, und jetzt geht's weiter. Hier. Ja, endlich... Also endlich die Section davor, wo ich gestorben bin, ging mir jetzt ziemlich auf den Sack, muss ich sagen. Ja, ich schaue mich gerne ein bisschen um. Interag... Achso. Ich dachte gerade, mit was interagieren? Ja, schön, alles. Weg. Höch. Ich sehe schon. Oh nein. Nein, 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 nein. Wahrscheinlich ist hier hinten irgendwas. Oh, Fischi. Drei von drei. Sehr gut. Bei Fischi habe ich gerade aus... An Findet Nemo denken müssen. An das eine Mädchen. Fischi! Fischi! Falls jemand kennt... Gut, wer kennt Findet Nemo nicht? Okay, balancieren. Das... Man muss nämlich hier echt balancieren. Was mir... Ja, siehst du. Ich habe ein bisschen zu viel nach rechts gerückt und schon... Ja, ah. Äh. Ähm, hallo, Kamerabug? Okay, ich baue irgendwas ab. Ähm, hallo? Kamerabug? Moment. Äh. Okay. Keine Ahnung, was jetzt los ist. Ich bin gestorben. Wunderbar. Also ganz ehrlich, Kamerabug, fick dich. Okay, aber da unten, das haben wir... ...geschafft. Das heißt, wir gehen jetzt einfach direkt hoch. Nein, 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 nein. Alter. Immerhin habe ich noch eine Chance und... Chance. Nicht Chance. Und verreckt nicht direkt. Gehen wir jetzt hier noch hoch. Okay. Gut. Okay, von mir aus. Rutschen. Oh ja. Oh! Oh Gott! Instinkt! Äh, äh, runter. Äh, wurs. Äh, Zeit. Äh, fort. Gott sei Dank, muss ich ja nicht steuern. Äh, nein. Ja, ich dachte, du wärst ein Gegner, Alter. Ja, auch schön, dich zu sehen. Oh, wir haben das noch gar nicht gesteigert. Achso, das können wir uns gar nicht leisten. Ja, ähm... Naja, gut, so, so viel gibt es aber eh nicht. So, und so oft. Rangos Gesundheit wäre natürlich schön. Schüsse in der Waffe, darauf könnten wir sparen. Feuerrad, ja. So, ich drücke, ich halte den nicht gedrückt. Nachleidergeschwindigkeit ist, glaube ich, sehr nett. Ja, was, ich möchte noch was kaufen, Alter. Automatische Zielreichweite nehmen wir auch mal. War mir ein Vergnügen, Sheriff. Schmetterangriff, äh, eventuell. Geschwindigkeit, Sturmangriff, nein. Er hat die Größe und Reichweite des Sturmangriffs, nein. Mag, er, Jungle, Blaster, Power. Okay, Blaster, Launcher, Power. Das reicht jetzt erstmal. Alter, halt die Fresse. Wir kommen gut durch. Das bricht ein. Oh, oh. Bad Bill. Bist du bereit? Schieße auf das Dynamit. Au, nein. Bist du bereit? Au, oh. Hahaha, du Penner. Oh, hallo. Hey, wo ist Bad Bill hier? Au, irgendwas schießt auf mich. Ein ganzer Rundumsch... Der ganze Rundumschlag. Hey, Bad Bill ist wieder da. Nein, au. Der kommt wahrscheinlich jetzt immer nur manchmal raus. Okay, grad nicht. Ich glaube, ich muss die ruhigen Phasen... Alter! Ich mag dich treffen, wenn du noch nicht... Ach, kack, Drecksvieh. So. Hey, ich hab Bad Bill auch irgendwann mitgetroffen. Gut, dass dieser Radius angezeigt wird von dem Dynamit. Zumindest denke ich, dass das der Dynamitradius ist. So, jetzt komm bitte her. Bitte. Bad Bill. Sein braver Bad Bill. Ach, fuck. Ich wollte grad noch sagen, brave Echse, wenn er's macht, aber... Werdet ihr eigentlich... Ja, ihr werdet auch getroffen von dem. Nein, au. Au, au, gleich tut's weh. Oh, wir haben's geschafft, glaub ich. Ja, ha, ha, ha. Ja, ha, ha... Lass fallen und weg da, Bill! Lass fallen und weg da, Bill! Lass fallen und weg da, Bill! Und so besiegt dich Bad Bill und die Gang auf dem Wasserzug. Geil. Ja, Hammer. Rango im Wasserzug. Wunderbar. Dann würde ich sagen, Zugsurfer. Wir haben alles mal wieder gefunden und Bonusinhalt auch wieder freigeschalten. Würde ich sagen, ist das doch gut. Kann man eigentlich auch hier ins Menü gehen. Nein, man kann nur auf Weiter drücken. Würde ich sagen, beende ich hier erstmal die Folge und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Let's Play Rango. Bis dahin, tschüss Leute. Bis dahin. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020